Herzlich Willkommen zu WEPRO News. WEPRO, das sind professionelle Reinigungs- und Pflegeprodukte und Accessoires für euren Haushalt entwickelt und empfohlen von einem der grössten Haushaltsgerätehersteller der Welt. Heute stellen wir euch mit dem WEPRO flüssigen Kalker einen äusserst nützlichen Haushaltthelfer vor. Er ist ein richtiger Jungbrunnen für eure Geräte und er soll zusätzlich für Nachhaltigkeit. Dieser spezielle flüssige Kalker ist dafür das Maximum aus eurem Gerät herauszuholen. Sanft, aber effizient entfernt er alle Kalkablagerungen und sorgt für optimalen Fluss- und kristallklares Wasser. Die perfekte Grundlage also nicht nur für einen perfekten Kaffee. Genau, der flüssige Kalker ist nämlich nicht nur für ihre Kaffee- und Espresso-Maschinen, sondern auch für Teekocher, Wasserbehälter, Auflaufformen, Vasen und so weiter. Das Hauptprodukt aus der WEPRO Reinigungslinie ist 100% ungiftig, lebensmittelrecht und holt bei regelmässigem Einsatz sanft, aber effizient das Maximum aus solchen Geräten heraus. A stellt die ursprüngliche Leistung vom Gerät wieder her und B verlängert Sano seine Lebensdauer. Ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg in eine nachhaltigere Welt. Finden wir euch den flüssigen Kalker und viele weitere nützliche Produkte von WEPRO direkt in unserem Katalog im Internet. Das war es von den WEPRO News. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, an einem flüssigen Kalker oder aber auch zu einem anderen WEPRO Produkt, dann rufen wir uns einfach an auf die Nummer 0848 801 005. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.